Guten Tag, ihr lieben, meine lieben Freunde, meine lieben Abolenten, meine lieben Hater, meine lieben Schreiblinge. Hier bin ich wieder, der in R918. Ja, und ich habe es endlich geschafft. Hier seht ihr es, da oben. Das Problem war, oder der Fehler, den ich gemacht habe, da reinzugehen. Das ist... Ich hätte einfach da hochgemusst und ja, dann hätte man hier einfach weitergehen können. Nun ja. Hier, äh, hoppla. Wir sind also schlauer und machen uns nun... Okay, da unten waren wir eben. Hier auf dem Weg. Das heißt... Moment, irgendwas, genau. Die kommt jetzt zu uns. E-Twe-Container. Alle, hopp. So, jetzt fahren wir... Hier hin. Und kommen jetzt hier hoffentlich irgendwo... Da. Oh, nee. Moment. War das jetzt ein Fehler? Was? Hier gibt es auch eine ganze Menge Verstecke. Das weiß ich auch noch. Aber wo die jetzt genau sind... Das ist jetzt eine gute Frage. Ah, hier ist eins. Na, hat's das doch gelohnt. Ich sammle wenigstens ein paar ein. Ja, aber wie auch schon in einer meiner vorigen Teile gesagt, ich werde am Ende gucken, dass ich da ein Special machen kann, dass ich dann halt euch zeige, was man mit diesen ganzen Verstecken, wenn man sie dann alle gefunden hat, dann auch erreichen kann. So, und ich glaube, ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht, denn wir kommen hier... Ja, da wieder runter. Oh, nö. Komme ich da hin? Aber die Frage ist, wenn ich da bin... Ob das jetzt hier was gebracht hat? Es sieht mir danach aus. Moment, was ist da hinten? Ist da vielleicht auch noch ein Versteck? Äh, nein, hier ist kein Versteck. Okay. Und dann geht es... Wo geht's denn jetzt hier weiter? Ach, Gott sei Dank. Stell ich mich so an. So, äh... Ach, guck mal an, der wäre ja auch hierhin gefahren. Na toll. So, wo... Da ist die Leiter. Alle, hopp. Äh, Moment, da ist das Kraftfeld. Das heißt, hier runter. Und ich glaube, da hinten sind jetzt gleich auch wieder... Ja, genau, da sehen wir sie auch schon. Oh, holla, holla, holla. Na. Wow, wow, wow. Boah, leck mir am Arsch. Scheiße, nein. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Wo ist denn jetzt hier? Hä? Hä? Moment mal. Ah ja. Wo muss ich denn da hin? Da ist auch ein Kraftfeld. Hä? Moment. Habe ich jetzt hier was nicht mitgekriegt? Hier ist nix. Da unten... War auch nix. Nein. Also kann es ja nur hier irgendwo was geben. Da aber nicht. Bin ich hier sicher? Ja, bin ich. Okay. Aber da muss es doch hier irgendwas geben. Hier dahinten bin ich auch sicher. Ach nein. Ach. Ja, 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 ja. Ach. Ah, was für ein Käse. Man kann es hier leicht vertun. Nicht, dass ihr denkt, ich simuliere hier irgendwie. So, na, ja, jetzt können wir nämlich hier runden, äh, hier unten, wo geht's hier hin? Ein Versteck. Seh nix. Kein Versteck. Okay. Und da drüben? Auch nicht. Schade. Na toll. Jetzt entdeckt man hier mal was. Okay, gehen wir wieder rein. Allee, hopp. Wo sind wir? Okay. Ich hab's nicht gesehen. So. Ach ja, jetzt kommt hier gleich wieder. La, 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 la. Nicht, äh, ja, das ist die Gasfeuerung. So, jetzt kommen die Dinger hier hoch. Hier tritt jetzt Gas aus. So, die müssen jetzt alle wieder sein Gucke runterfahren. Das, so. Dann geht's jetzt hier rum. Oh, weil, das hasse ich. Okay. Sollte es daran liegen, dass wir dann... Ne, das ist mir ein bisschen zu heikel, Freunde. Hier werden wir speichern. Wieso funktioniert denn? So, da. Äh, okay. Okay, und... Was ist das Glück? Nein, nicht beenden, vor allem Willen. Ne, Moment. Dann geht das nämlich aus. Okay. So nicht, so nicht, so nicht. Aber die Taktik war schon mal nicht schlecht. Ja, ja, ist okay. Auf dem Geländer können wir da... Ach, schade. Da kommen wir ja gar nicht drüber. Ich dachte, man könnte auf dem Geländer... Okay, lass es uns anschauen. Die gehen, dann gehen die da in der Mitte an, dann gehen die wieder an. No, schon wieder. Okay. Ja, will ich. Ach. Na, es ist... Okay. Das war morgens. Das war nix. Wenn wir da jetzt... Also, wenn die vorne an sind... Jetzt sind die drei an... Und dann gehen die nämlich aus. Na, da ist alles... Hallo? Hallo? Nein! Ach, ich war drüben. Ach, der Käse. Das war's doch schon. Nein, geh weg! Okay. Aha. Aha. Und... Ach! Nein, nicht. Munro, was auch immer Sie getan haben, die zweite Tür in der Haumthalle hat sich dadurch geöffnet. Ja, danke. Ich hatte mal wieder die ganze Arbeit. Hallo, wieso? Okay. Jetzt bleibt die Scheißbrücke natürlich bestehen. Naja. So, das heißt, wir können jetzt hier weiter... Ah, das war's schon. Also jedenfalls für das Level. Und weiter geht's. Ach, jetzt sind wir hier. Okay. Ja, warte. Oh! Alter, das muss man ja selber machen. So, was habt ihr mir zu sagen? Gar nichts. Snack-Toll. Danke. Ah ja, hier geht's weiter. Okay. Schöne Wand. Was für eine schöne Wandmalerei, ob die Idril sie erstellt haben. Wir haben nicht ausreichend Daten, um das zu bestimmen. Naja. Okay. Extra Raum für so eine Wand. Nur für so eine Wand. Was, schon wieder? Das hätte man aber auch mit in das andere... Oh nein, zwei Verstecker. Aha. Ich achte da auch nicht drauf, muss ich dazu gestehen. Äh, finden Sie die Vermissten? Drillisch. Nicht drillisch. Ach ja, jetzt haben wir hier. Das ist der Maschinenraum. Befallert worden ist ein Niveau. Da ist noch ein Besonderes. 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 Hallo. Ich denke, ich kann das Sicherheitssystem abschalten. Ich muss nur an die Konsole dort. Ja, ja, ja. Dann geh. Wo ist er denn? Ja, wo denn? Ah, ne. Ja, und jetzt? Geben Sie mir Deckung. Ja. Wollte der mich flaxen, ja. Können Sie sich denn die Geschütze, Mando? Komm schon. Wacht auf. Komm schon. Ja, mach hin jetzt hier. Halten Sie mir die Geschütze vom Hals, während ich arbeite. Ja, was meinst du, was ich hier die ganze Zeit mache? Was ist das? Das ist das? Das ist das? Das macht keinen Sinn. Keine Chance, du hast. Okay. Moment, Achtung. Verteidigungssysteme deaktiviert. Ich habe die Wissenschaftler in einem Raum in der Nähe geordnet und die Sicherheitsprotokolle überwunden. Wir sollten sie jetzt erreichen können. Okay. Der haut mit der Waffe auf das Pult. So, hier sind sie. Wir haben sie gefunden. Wir sind von der Föderation. Brauchen Sie Hilfe? Ja, wir sind seit Tagen hier unten gefangen. Danke. Ich bin Dr. Inigo. Das ist Dr. Clea. Ich bin Lieutenant Monroe vom Raumschiff Enterprise. Veränderliche Chell, Corbin und Murphy. Die Föderation? Was tun Sie hier draußen? Wir untersuchen einen Angriff auf eines unserer Raumschiffe und die atrexianische Raumstation. Ich hoffe, es wurde niemand verletzt. Wer griff die Station an? Die gleichen Wesen, die diese Ruinen befallen haben. Es sind keine Wesen. Es sind Exomorphe. Wir haben sie erschaffen. Sie sind genetisch modifizierte Arbeitstiere. Arbeitstiere? Sie meinen wohl Mördermaschinen? Das war nicht geplant. Wir wissen nicht, warum sie aggressiv wurden. Ihre Verhaltensregulatoren müssen eine Fehlfunktion haben. Als Clea diese erstaunliche Maschinerie entdeckte, stellten wir nur friedliche Exomorphen-Exemplare her. Inigo, bitte. Grindo ist immer noch unten gefangen. Lieutenant Munro, bitte retten Sie ihn. Ja, bitte retten Sie irgendwie meinen Sohn. Ich bin erstaunt, dass Sie es so weit geschafft haben. Es war nicht gerade einfach, über so viele Kadaver zu steigen. Wie viele Exomorphe kann diese Fabrik bauen? Sehr gute Frage. Da die Einrichtung automatisch die anorganischen Bestandteile des Planeten abbaut... Dann wird das Gewicht des Planeten mit Killerwesen aufgewogen? Nun, nicht gerade sein Gewicht. Eher die Masse der Kohlenstoffablagerungen plus... Das wären ja Milliarden. Eher Billiarden, wenn Sie bedenken. Das reicht. Machen wir der Mörderwelt ein Ende. Bleiben Sie hier und beschützen Sie sie. Es ist keine Mörderwelt. Es ist der Ruhm der Idril. Die würde Ihren Sohn noch umbringen, wenn wir jetzt nicht gehen. Oh ja, bitte. Gehen Sie. Ja, ja, gehen Sie. Ich war wieder alleine. Warum muss ich hier immer alles alleine machen? Und Freunde, warum? Warum erschafft man Frauen mit so wenig Kleidung? Rindo könnte in Gefahr sein. Ich meine, das war ja schon... Hör dich mal auf zu drehen. Ich will dich mal von hinten sehen. Wenn Sie nicht gehen, dann tue ich es. Ja, ha, ha. Na, äh, das war schon vor den Ruinen immer so komisch, dass mir die ganzen Weiber irgendwie... hatten die kein Geld für Kleidung, oder was? Na? Warum sprechen Sie mich ständig an? Bitte! Rindo kann sich nicht ewig vor Ihnen verstecken. Naja. Mein Sohn ist etwas impulsiv. Bitte finden Sie ihn und bringen Sie ihn zurück. Tja, Freunde, also mit diesen wunderschönen Bildern verabschiede ich mich von euch aus diesem Teil. Wir starten dann gleich mit dem nächsten Teil, mit der Suche nach dem Sohnemann. Also, bis dahin, NRW bei 18.0. Bis dahin, Laura! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.